Man hat versucht, hier Jahr für Jahr aufzusteigen. Wirklich nah dran waren wir eigentlich nie. Reines Auf und Ab hat viele Nerven gekostet. Ungelogen. Das war so krass. Ich hatte überall Gänsehaut. Was für ein Wille die Mannschaft hatte. So etwas passiert selten. Es war ganz klar nur ein Ziel. Aufstehen. Du würdest dich immer im Spiegel anschauen können und sagen, hey, ich habe alles gegeben, mehr ging es nicht. Aufstehen. Ich habe alles gegeben. Untertitelung des ZDF, 2020